Das erste Date kann oft ziemlich peinlich sein. Im Internet geht eine Geschichte rum, eine Frau hat angeblich in der Tonight Show mit Jay Leno erzählt, wie ihr schlimmstes erstes Date war. Und zwar sei das so gewesen, sie war mit ihrem Date auf einem Skitrip in Salt Lake City in Utah und der lange Weg nach Hause im Auto wurde tatsächlich etwas lang. Aber erst mal, es war kein Trip mit Übernachtung, es war ja ein erstes Date, es ist klar. Sie waren tagsüber morgens hin, abends zurück. Und die Frau hat gemerkt, dass sie vielleicht nicht die zwei Latte Macchiato hätte trinken sollen, sie musste aufs Klo. Der Mann hat noch gemeint, sie soll versuchen es zu halten. In 30, 50, 150 Kilometern kommt eine Tankstelle, da könnte sie doch... Und die Frau hat das auch versucht, aber dann irgendwann gemerkt, ja, geht leider nicht. Der Mann hat gesagt, kein Problem, ich halte an. Und sie geht an der Straßenseite irgendwie sich über den Schnee knien. Und dann, ja, hat sie auch gemacht, Hose runter, im Schnee leider nicht viel Halt und deswegen hat sie sich an den Kofferraum vom Auto so drangelehnt in Hocke. Ja, dann hat sie und halt gehen lassen. Irgendwann hat sie aber noch ein anderes Gefühl gehabt und zwar hinten, am Hintern. Ja, sie hat festgestellt, kennt ihr das, wenn man, wenn man, äh, man soll ja nicht mit der Zunge, soll man ja zum Beispiel nicht an eine vereiste Stange dran halten, weil friert fest. Und der Hintern ist hinten am Auto festgefroren. War ja natürlich zu peinlich, um das ihrem Freund irgendwie zu sagen, aber nach einer Weile kam der halt raus und fragte, ist alles okay, weil, ähm, es dauert so lange und, äh, hat sie ihm das gesagt. Und, ja, äh, musste sich, äh, diese Situation, äh, musste ihm diese Situation zeigen und dann haben sie aber versucht, ne, sie abzukriegen, es geht nicht, ging nicht. Und wie macht man das? Was muss man da machen? Wie kriegt man das wieder ab? Und, ja, die Zunge, wenn die Zunge festgefroren ist mit Wärme, ne. Ja, äh, nur hatten die nichts Warmes da, haben aber natürlich überlegt, was ist die einzige Möglichkeit? Dann hat der Mann seine Hosen runtergelassen und sie angepinkelt. Ja. Date ist aber gut ausgegangen, sie haben geheiratet und waren auf alle Zeiten glücklich. Und, ja, die Zunge, 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 die